und jetzt sind wir schon fast bei der hütte angekommen noch ein paar kleine kurven was vor uns ist die bergstation vom sessellift und jetzt geht es da in eine wirklich noch sehr unberührte schneespur hinein und da hinten im hintergrund könnt ihr die hütte erkennen ich bin jetzt neugierig wie es da jetzt rauf geht ob ich das in einem durchschaffe das schaut gut aus genau die gäste sind noch da hier hat es ein bisschen eingeschneit aber so weit könnt ihr dann fahren und ja genau da ist dann sendepause angesagt hier seid ihr dann vor der almhütte angekommen